Das ist Stefan. Stefan hat Hunger und möchte sich eine Pizza backen. Aber er hat keine Hefe mehr. Also macht er sich auf den Weg in den nächstgelegenen Supermarkt seiner Wahl, um Hefe zu besorgen. Kurz vor dem Supermarkt bemerkt er, dass er mal wieder seine Maske vergessen hat. Er muss also wieder umkehren und 20 Minuten laufen, um seine Maske zu holen. So ein Ärger. Warum braucht man Masken denn überhaupt? Masken sind sinnvoll, um die Verbreitung des hochinfektiösen Coronavirus einzudämmen. Hm, klingt sinnvoll, denkt er sich. Auf dem Weg zurück bemerkt er, dass viele Leute ihre Masken unterschiedlich tragen. Er stellt sich die Frage, welche man tragen darf und wie man sie eigentlich tragen sollte. Nein, 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 interessant aber nein. Ja, richtig, die Maske soll Mund- und Nasenöffnungen vollständig bedecken. Als Maske gelten Mund- und Nasenbedeckungen aus dicht gewebten Stoff, welche Tröpfchen aus dem Mund-Nasenraum zuverlässig auffangen können. Das heißt also, dass selbstgenähte Stoffmasken, Hygienemasken, FFP-Masken, Schals und Tücher als Mund-Nasen-Schutz gewertet werden. Plastikvisiere sind laut Robert-Koch-Institut keine Alternative. Stefan fragt sich, warum es denn so viele unterschiedliche Masken gibt und was sie unterscheidet. Der Reisemediziner Jelinek äußerte sich dazu in einem Interview. Um andere zu schützen, reicht ein normaler Mund-Nasen-Schutz, falls er richtig getragen wird. Partikeldichte Masken, also FFP2 und FFP3-Masken, schützen auch einen selbst. Allerdings schränken sie das Atmen etwas ein, was bei langen Fahrten im Zug beispielsweise nicht zu angenehm ist. Es ist also wichtig, dass zumindest alle einen normalen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es gibt auch Masken mit Ventil. Diese schützen aber nur einen selbst und nicht die anderen. Moralisch bedenklich. Stefan fragt sich, ob so etwas auch gilt. Am 07.07. trug der AfD-Abgeordnete Stefan Löw eine Gasmaske im Bayerischen Landtag während seiner Redezeit. Er berief sich dabei auf die Maskenpflicht. Eine Gasmaske gilt leider nicht als legitimer Mund-Nasen-Schutz, da er keine Viren filtert. Es war ein ironischer Auftritt, da die AfD gegen die Maskenpflicht ist. Er verlor dadurch aber sein Rederecht, da er den Landtag lächerlich mache. Zu Hause angekommen, merkt Stefan, dass seine Maske etwas streng riecht. Warum das denn? Naja Stefan, man sollte seine Maske mindestens einmal täglich wechseln, da sie sonst ihre Wirkung verlieren und selbst unhygienisch werden. Ein Mund-Nasen-Schutz aus Stoff kann dabei gewaschen werden. Ein Weg wasken sollte man entsorgen. Stefan nimmt also eine saubere Maske und macht sich auf den Weg. Stefan hat sich nun seine Hefe gekauft und kann endlich seine Pizza machen. Bis zum nächsten Mal.